moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen zombie video möchte ich euch einen kleinen trick zeigen und zwar müsst ihr für die gift und waffe diese gasflasche erst mal füllen und dafür braucht ihr die hunde es gibt einen ganz leichten trick leute ihr müsst erstmal packer punch aktivieren strom aktivieren und wenn ihr packer punch macht dann könnt ihr das ethoskop bauen hier seht ihr dann könnt ihr das teil auffählen vom ethoskop und dann spawnen immer hunde diese hunde die schon beim ethoskop teil aufsammeln spawnt könnt ihr schon zum waffenlabor bringen so wie ich das jetzt mache und dieses gerät mit gas füllen so ich zeige euch das mal so wie ihr seht ist da jetzt gas drinnen und wenn ihr das dann gemacht habt leute geht ihr die gasflasche holen weil das dauert ja eigentlich immer ein bisschen länger das ist die wunderwaffe die eigentlich am meisten zeit nimmt weil ihr entweder auf die hunde rundes warten müsst oder auf die einzelnen hunde so dann setzt ihr das teil ein und das teil wird jetzt mit dem gas gefüllt so das war es dann mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da wenn ihr noch fragen habt leute fragt mich in den kommentaren und ansonsten würde ich sagen schau und bis zum nächsten video